Micky Maus Miau Nein, Piep So geistheftige Sigmangani Das ist typisch Göschen Aber jetzt sind Fische gekommen Meiner sind einer Tschüss Ich bin mit dem Fischen Lange hier Gehst du mal? Schauen wir mal, ob es Fische gibt Micky Maus meine ich Ach du leih Lila Fischen Third Ident Lilafeici內 Ach du leih Lilafischen Ach du Leih Ach du lesch Hallo, es ist immer noch Sommer. So, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ganze Besuches ist von Thailand, Pataya. Eine alte Frau gehäkelt für Hand. Ich bin bereit. 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 folgt sie eliminated sie fundiert Zeh mir Sama! Zeh mir Sama! Auf und 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 herzüge! Tschüss! Das ist mein Frühstück, zuerst habe ich Müsli gegessen und das ist jetzt die zweite Stufe zum Zerni. Tschüss! 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 Jetzt geht's los! Was macht? Geschenktüte Noch zwei neue Babys Das wäre fertig Ich freue mich so So, Mr. Bocki, jetzt hat er gesehen, dass ich Filme und Fotos mache. Hat er sich extra gestreckt. Ein bisschen lüßere. Da kommt das Band. Ich habe zuerst nur geschaut. Jetzt so. Herr Bock! Das ist ein grosser Bock. Wir haben noch nie so einen grossen, schönen gehabt. Der ist ganz ruhig. Ganz ruhig. Ja, der hat gerne. Das ist so ruhig. Jetzt ist er zwei Monate da. Er macht Babys. Ja, ja. Gell, Bocki? Jedes Jahr haben wir einen Bock. Und dieses Jahr haben wir ganz einen grossen Ruhiger. Ja, so süß, hä? Bocki, hä? Der stinkt auch nicht so fest. Guck mal, hübschen. Tschüss. Hier sind wir so schön ruhig. Kissen und Kuschel hat er gern und legt immer seinen Arme, seinen Kopf, meine Arme, in meinen Schoß. Ah, so süß. Und er hat so gefreut, er sieht er. So groß und schön und störtlich, sagt man, ich will ich. So ein schöner Geist. Und der stinkt gar nicht. Nein. Tschüss. Tschüss. Wir gehen aber nicht durch, oder? Jo, Jo, ich kann. Sieht fast aus wie einem Film. Und der so schön ruhig. Hoi, Bocki. Und der schaut schön für die anderen. Mr. Bock. Tschüss. Guten Morgen. Darf ich euch vorstellen? Das ist mein Huhn. Ich habe jetzt sechs Hühner. Und die ist jetzt am Bein. Das ist irgendwie gelähmt. Jetzt tun wir sie immer ein bisschen pflegen. Ein- und austragen, gell? Und am Morgen kriegt sie immer Würmer. Sieben Stück oder so. Und zuerst Wasser. Wenn ich sie hinlegen, kann sie einfach nur ein bisschen nach vorne krabbeln. Stockdunkel. Dieser Fisch. Ein Hecht. Ich habe noch nie so etwas komisches erlebt. Ich habe noch nie so etwas komisches. Ich habe noch nie so ein paar Krabbeln. Ich habe noch genug gehabt. Ich habe noch nie so etwas krabbeln. Ich habe noch nicht mehr von Pillern. Ich habe noch nie so etwas komisches. Aber ich habe noch nie so Angst. Ich habe noch nie so etwas geklappt. Ich habe noch einen Krabbeln. Ich habe immer einen Krabbeln. Meine Schildkröte! Unterwegs im Gaston ist irgendwas lebendig. Oh, jetzt geht es jetzt die Blumen los. Tschüss! Die schöne Augen bin ein bisschen. Ich habe es schon zwei. Wie schön! Zwei grosse, relativ grosse. Tschüss! Ich habe es hier. Ich habe es hier. Hi, Monday morning. Lillayatan, Naktade, Naktade, Naktade. Lillayatan, Naktade, Anashtayade. Tschüss! Mein grosser Gehecht. Lillayatan, Naktade. Hi! Hi! Jetzt ist... Oh, jetzt muss ich schauen, was ich... Das sind Löwen. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Ich habe es hier. Ich bin ne rationale und die Quasche von Gretzü. Sägen, Naktade, bleiben über Kirchzeug. Später Tjasичkund. Ich bin neulegen. Ich bin neulegen. Dass ich ein Kleine in diesem Bereich ist. Hier kommt die Kappe aus. Hier kommt die Kappe aus. Das ist eine Kappe aus. Ich bin neulegen. Das ist eine Kappe aus. Das war ein Kleine zu sein. Das ist, was ich nicht gar nicht. Ja? Das ist eine Kappe aus. F supported? Tschüss! Tschüss! Lilla vegetal lachta dir, lachta dir, lachta dir. Lilla vegetal lachta dir, anders taue ich dir. Ciao! Spulsi aikar Steinho Spulsi aikaritlar Spulsi aikaritlar Spulsií Spulsi